Jetzt ist die Frage, wer zum Teufel ist, wenn wir da oben bitte hinkommen? Äh, ja. Oh, ich hab vielleicht ne Idee. Was denn, wenn wir... Das ist doch anders für ne Schräge. Ja, genau. Und jetzt... Ne, doch! Oh mein Gott, Moment, das muss erst weg. Moment, wo kann ich das denn noch hin tun? Da hin kann ich das tun. Weil der Senkrechte muss erstmal mit Blau voll. Über die Schräge. Also quasi da eins und da eins hin. So, Moment, das wird jetzt gerade die ganze Zeit überschrieben. Das ist natürlich gay. Muss mal eben meine... So. So, und dann müssen wir da dran springen, oder wat? Das ist genug Geschwindigkeit. Ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen roten Stuff da drauf. So, das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren. Die Frage ist, wie komme ich jetzt überhaupt da hin? Ja, warte, wir müssen... Du musst einfach dein orangenes Ding wegmachen. Okay, du bist ein Genie. Haha! Ja, ja. Alles klar. Nein, schweizmein. Alles klar. Nein, schweizmein. Nein, wir müssen uns nicht. Nein, wir müssen uns nicht. Es ist nichts, was zu beschäftigen. Es ist eigentlich lustig, in einer Weise, wie du nicht verstehst. Oh, ich weiß, ob das ist so. Oh, ich weiß, ob das ist so. Oh, oh, oh. Anyway, brauche dich. Ich werde die Verwärterung öffnen. und habe es einfach hast, das ist ein Punkt in der Öffnen. Das war ich. Oh, ich weiß auch nicht. Woher hast r sequestelt. ... so verhärter stellst monkeys mit dem ehemütobischen Titelang. Aber sie hat mir Wasser zugereidert. Lass mich ähär. Wir sind eh 100,000 Jahre in der Zukunft. Ich bin immerin苦. Es hat 50,000 Jahre und facade nur zwanzig. es hat nur eine Woche die nächste logische Frage warum bin ich nervös? ich bin nicht das war eine andere Lieche wir sind noch nicht in Ordnung es ist eine Woche später wir sind in viel Probleme und du musst wirklich, wirklich die Disassembler wieder aufbauen ah, nötige Problemung Alter, hier ist... hier ist ein kleiner Teil von mir der ist noch irgendwie im Arsch und da ist mein Kopf wie ausfühst das denn? hm? 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 Bevor etwas anderes passiert Ach ne, wir müssen weg Ach so 3, 2, 1 Good work The Disassemblers are fixed That was a lie But there are definitely less broken in the room There is one at the end of this unfinished test area Oh oh Now let's go back again, right? No We are at the end of this We are at the end of this Noooine 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 Fuck Okay Okay Yeah, I'm on the floor Yeah, I'm on the floor Haha Haha Was das? Der kleine Stummel, weil ich ihn träume, ich denke auch Ich hab noch nicht ganz ne Möglichkeit gefunden, wo man Ach so Huiiii Nein Nein Ich falle runter, nein Hahaha 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 Oh mein Gott Ach manno, wieso komm ich denn da nicht raus? Aha! Ah mein Gott Das sieht hier sehr sehr under construction mäßig aus Das sieht hier sehr sehr under construction mäßig aus Aber wir müssen da oben hin und ich weiß noch nicht ganz wie Da ist nirgendwo ne weiße Wand oder sowas Oh warte, was ist das? Aber das Weiße Zeug können wir ja mitnehmen Ja, sollten wir glaube ich auch Wahrscheinlich müssen wir uns selber Weiße Wände machen Wahrscheinlich müssen wir uns selber Weiße Wände machen Naja, bestimmt Sooo Das ist schon Das ist schon Naja Vielleicht total cool, auch im Singleplayer Teil Ich glaube in dem Raum in dem man da Mit dem weißen Zeug das erste Mal Unexperimentiert habe ich den ganzen Raum weiß Guck Alles voll gespielt Was ist da hin? Was brauchst du denn überhaupt? Warte, was ist denn hier überhaupt? Ich weiß noch nicht ganz, irgendwie müssen wir rüberkommen und ich vermute mal, dass wir auch irgendwie unseren Cube hier mitnehmen müssen Aber das ist auch alles was ich weiß Und ich weiß noch überhaupt nicht wie das funktionieren soll Außer man macht die ganze Wand hier weiß Und baut dann irgendwie Die Wand hier kannst du nichts Kannst du kein Portal machen Na dann vergiss das Dann müssen wir hier vielleicht Speed-Up aufbauen Aber das kann doch nicht sein Wobei theoretisch kann das wohl sein Da oben zieh mal Ah, schade Das frech dich Wow Ähm Wo willst du denn dann rüber? Warte, 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 warte Vielleicht noch hier oben? Warte, warte Warte, warte Da oben? Oh mein Gott Ja ich weiß, es ist ein bisschen crazy, aber Hier die Wand quasi hin und her hoch Mhm ist jetzt schon da oben? das ist noch ein bisschen höher das ist so ich meine jetzt hier noch auf unserer Wand quasi noch ein bisschen höher also da jetzt ein Portal meine ich damit oben die Schräge voll wird nein, hier auf der Seite noch ein Portal ja ich weiß da oben sind doch es achso ich bin mal gespannt, da muss man aber schon weit fliegen ja, Moment mal, du kannst doch da oben auch holen oder nicht? ja, kann ich aber das reicht nicht jetzt sehe ich hier eine weiße Fläche das sieht nicht so aus aber, du könntest von hier aus vielleicht was weißes rüberschicken ja, jetzt von hier oben aus kann man das hier auch komplett überblicken, ja? äh achso, und dann hier oben meinst du vielleicht? ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung haha, jetzt werdet ihr mit weißem Zeug geschossen so, jetzt weiß ich schon mal wie du da rüberkomm awesome awesome du hast ja eigentlich vor eine Drohne hier rumher zu holen Ja, das sieht sehr sehr gut aus. Und wann wolltest du da mit der Drohne? Ja, jetzt musst du rüberkommen. Weiß ich doch nicht. Ach nee. Du bist da. Ja. Ah ja. Hier ist unser Problem. Es gibt ein altes Prototyp Chassis hier. Niemand hat ihn gefunden. Er hat sich an ihn verbunden. Und er versucht zu über meine Facilität. Ich habe die letzte Woche versucht, einen von diesen Menschen, du hast, in eine Maschine zu töten. Wie... Du kennst dich. Es ist so, dass die meisten Menschen sehr fröhlich sind. Und sehr fröhlich, wie fröhlich sind sie. Die Moral der Geschichte ist, all the humans are dead. So, es sieht so aus, es geht zu dir zwei Marshmallows. Oh, gut. Ich war nicht sicher, dass die Reassembler funktionieren würde. Na, Hammer. Oh, das war. Was passiert denn auf die Krüfte? Da kommt eine Laserkiste. Da reinfällt. Hammeröle. Fangen Sie. Sehr gut. Sehr gut. Na, ne? Das kannst du da hinten drauf schießen. Hammer. Oh mein Gott. Hahaha. Wo muss das denn überhaupt hin? Hast du schon was gesehen? Ja. Ach, da. Ach, okay. So, ich darf mich hier jetzt quasi nicht bewegen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sobald ich mich bewege. Ja, ja, klar. Weil du mit dem Laser die Brücke da machst. Ja, ich konnte den Laser quasi abstellen. Wir müssen gleichzeitig da hoch springen, kann das sein. Anders komme ich da nicht hoch. Ach so, okay. Dann, wie wär's mit 3, 2, 1, jetzt? Klar. Juhu. Ich weiß aber noch nicht so ganz, was uns das bringt. So, wir sind hier oben. Na, warte mal. Wenn ich jetzt den hier wegnehme, bist du da. Ja. Ich weiß, dass ich runterfalle, aber du bist schon mal da. Oh, ist da tief da. Oh, ist da tief da. Aber man bringt das? Das weiß ich noch nicht so 100 Prozent.